Nora fühlt sich unwohl in ihrem Körper. Sie hat schon viel ausprobiert. Kalorien zählen, Intervallfasten, Low Carb. Doch am Ende kam immer der Rückfall. Nora ist frustriert und enttäuscht. Warum hat sie keinen dauerhaften Erfolg? Weil es einen ganzheitlichen Ansatz braucht. Dafür hat das Team von Körperverwandlung ein einzigartiges Premium-Programm entwickelt. Neben der Ernährung werden auch die Themen Training und, ganz besonders, Mindset berücksichtigt. Das Team nimmt Nora an die Hand und sie erhält individuelle Ernährungskonzepte und Trainingspläne. In Videokursen und regelmäßigen Calls lernt sie, wie sie dauerhaft motiviert bleibt. Denn langfristiger Erfolg ist Kopfsache. Im Urlaub, zu Hause oder unterwegs. Nora kann überall und jederzeit mitmachen und alles einfach in ihren Alltag integrieren. Das Team von Körperverwandlung hat in den letzten 15 Jahren tausenden Frauen geholfen, ihren Wohlfühlkörper zu erreichen und dauerhaft zu halten. Bist auch du bereit, deine Körperverwandlung zu starten? Dann trag dich jetzt ein für ein unverbindliches Erstgespräch.